Pietro Lombardi hat herausfordernde Wochen hinter sich. Nun scheint der Sänger eine Instagram-Offensive zu starten. Hinter Pietro Lombardi liegen die wohl härtesten Wochen seines Lebens. Nach einem nächtlichen Polizeieinsatz standen Anschuldigungen wegen häuslicher Gewalt an seiner Verlobten Laura Maria Rüpper im Raum. Die Vorwürfe hat der Sänger mittlerweile dementiert, das Bad zeigt sich wieder glücklich vereint auf ihren Instagram-Profilen. Besonders für die gemeinsamen Kinder Leano und Amelio möchten sich die Verlobten zusammenreißen. Die neuesten Instagram-Posts des Sängers zeigen nun einen geheimen Plan auf, den der 32-Jährige zu verfolgen scheint. Pietro Lombardi überlässt nichts dem Zufall Nur wenige Tage nach der Versöhnung mit seiner Verlobten erhielt Pietro Lombardi die nächste Hiobsbotschaft. Im kommenden Jahr wird der Musiker nicht mehr in der DSDS-Jury sitzen. Ob diese Entscheidung des Senders RTL an den Skandal-Schlagzeilen der vergangenen Wochen liegt, bleibt unklar. In einem emotionalen Instagram-Video bedankt sich Lombardi bei seinen Fans und seiner DSDS-Familie. Im kommenden Jahr wird der Sänger dennoch mit seiner Arena-Tour durch Deutschland reisen. Auch Laura Maria Rüpper wird sicherlich das ein oder andere Konzert besuchen. Bis zum Tourstart scheint der Musiker nun einen öffentlichkeitswirksamen Plan zu verfolgen, um sein Heilwelt-Image wieder herzustellen. Zunächst teilte Pietro Lombardi ein Foto, auf dem er seine Laura zärtlich küsst und schrieb ein Ich liebe dich dazu. Nur wenige Tage später folgten private Aufnahmen, die den Sänger mit seinem ältesten Sohn Alessio zeigen. Der kleine Junge scheint gerade von der Schule zu kommen und trennt seinem Vater freudig in die Arme. Der 32-Jährige kommentiert die Aufnahmen mit den Worten, alles was zählt, meine Kids. Doch damit nicht genug, das neueste Instagram-Video zeigt Lombardi mit seinem jüngsten Sohn, der gerade einmal wenige Monate alt ist. Liebevoll hält der Sänger seinen Nachwuchs auf seinem Arm, im Hintergrund ist gefühlvoll Musik zu hören. Der DSDS-Star spricht leise, mein Junge. Er sieht einfach aus wie ich. Einfach schön. Das Video ergänzt der Musiker mit den Worten mein Leben und wählt ein rotes Herz-Emoji aus. Mit dieser Instagram-Offensive scheint Pietro Lombardi zeigen zu wollen, dass er sein Familienleben wieder in Ordnung gebracht hat.